Hi, ich bin Xavier. Schön, dass du da bist. Heute werden wir uns mit der Zitrone beschäftigen, diese schöne gelbe Frucht hier. Und zwar werde ich erzählen, warum du jeden Morgen mit dieser Zitrone den Tag starten solltest. Weiter geht's nach dem Vorspann. Willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Und wie ich erzähle, dass wir die Zitrone sind. Die Zitrone kommt ursprünglich aus Indien. Die kamen im Mittelalter, arabische Kaufleute nach Europa, wie auch Spanien und auch USA. Und heute ist sie nicht mehr wegzudenken. Und sie ist halt, heute wird sie halt vor allem eingebaut in Türkei, in USA, Spanien, Türkei, Ägypten. Das sind die Hauptanbaugebiete. Ich bin aufgeregt, Entschuldigung. Ist ein erstes Video zum Thema Früchte. Ich werde auch eine Reihe von machen. Ist mir mal zu kurze Info. Ja, will ich auch erzählen, warum du jeden Morgen dir eine Zitrone machen solltest. Und zwar die Zitrone, die enthält Antioxidantien und auch einen hohen Anteil Vitamin C und auch Enzyme. Und die Antioxidantien sorgen halt dafür, dass, 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 dass halt, dass die, Entschuldigung, die Hohnen, der hat ja auf jeden Fall halt auch die O-Vitamin und dann dazu, dass halt dein Körper geschützt ist. Und dass du auch gesund bleibst und schützt auch vor Erkältung. Und wenn, und, und wenn du jetzt jeden, wenn du jetzt jeden Morgen eine frisch gepresste Orange trinkst, denn, also noch vor, vor dem Frühstück, sozusagen auf leerem Magen, mit lauwarem Wasser, dann wird dann, dann wird der Darm angeregt und du, und es wird das, äh, und vermeidet halt unangenehm das Völlegefühl. Das kommt auch von Enzymen, weil es einfach ein Völlegefühl ist ja unangenehm und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen auf jeden Fall jeden Morgen halt solltest du ein Zitrone trinken. Ich mache das jeden Morgen. Trink die am liebsten pur oder auch mit lauwarem Wasser oder auch kalten Wasser. Und, ähm, auch wie bei mir habe ich halt gemerkt, wenn ich die, wenn ich jeden Morgen trinke, dann bin ich sofort auch wieder so hellwach, kurz noch aufstehen. Und wenn ich getrunken habe, bin ich dann auch sofort fit und für den Tag. Ja, die macht halt sofort wach, weil ich ist ja sauer. Klar, jetzt ist die Grund ist immer sauer. Ja, und die, und was sie zu uns noch so bietet, sie ist halt, ähm, sie reinigt die Zellen, sie stärkt die Abwehrkräfte, hat ja dessen, dessen irgendeine Wirkung. Und, und der Zitronenduft, der ist halt so lecker, der macht halt eine positive Stimmung. Und, die fehlt auch zum Beispiel abends, wenn du schlafen gehst, halt, ähm, vielleicht eine Hälfte, eine halbe Zitrone, auch eine Zitrone aufzuschneiden und dann halt, ähm, auf, 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 auf deine Komödchen dazulegen oder so, auf den Teller. Ja, und dann dieser Zitronenduft, der, der macht eine positive Stimmung. So, dann schläf ich auch gut ein. Und, ja, das sind die positiven Vorteile der Zitrone. Und die hilft dir auch beim Abnehmen. Das heißt also, wenn du, ähm, halt jeden Tag davon, also Zitrone halt trinkst, das hilft dir auch dabei, dann halt abzunehmen. Und das wirkt sich halt auch positiv auf die Gesundheit aus, weil, wie gesagt, Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Antioxidantien, Enzyme, sorgen halt dafür, dass du generell gesund bleibst und auch fit bleibst. Und ich mache, ich trinke jeden Morgen eine ganze Zitrone, auch abends eine halbe, aber meist eine ganze Zitrone, weil das am besten ist. Ja, das sind halt die Vorteile. Zitrone natürlich, ich muss auch, äh, noch was sagen. Also, niedrig, vielleicht so ein Minuspunkt ist. Also, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht so viel Zitrus, äh, trinkt, weil das kann, das kennt ja, Abführung wirken. Das hat mir mal Fehler gemacht. Und das soll man auf jeden Fall mal vermeiden. Ja, und das war jetzt halt so, was ich zu erzählen, aber jetzt werde ich Zitrone aufschneiden und die beiden selten dann ausbringen, auspressen, mit der Hand natürlich. Und dann werde ich halt, hier, Zitronensaft trinken. Die Senke, das riecht sehr herrlich. Schön, gelb ist die. Und die sind es in der Funde bestimmt, Quatsch, nein. Die ist von der Tour aus gelb, so hübsch und so. Und jetzt auch sehr, sehr, sehr gesunde Frucht. Zitrus-Süchtal, da machen wir nicht gerne, wie auch die Kiwi und so. So. Ja, und jetzt dring ich mal. Bisschen auskriegen. Die Zitrus-Süchtal werde ich auch noch mal besorgen. Dann, Prost. So, war gut. Uh, ja. Das bin ich, ja. So, und falls dir das Video gefallen hat, kannst du daumen da lassen. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich gerne abonnieren. Und falls es mir in einem Kanal gefällt, kannst du auch gerne meinen Kanal teilen und auch empfehlen auf Facebook oder so. Und auf jeden Fall wünsche dir viel Spaß auch mit der Umsetzung meiner Tipps. Und beginne den Tag mit der Zitrone, weil dann ist der Tag, ähm, finnert auch gut an. Und wenn ich eine Frage gebe, warum ich mal hier und da, weil ich da mal umklappe, ich habe da auch, ähm, halt Notizen gemacht, da habe ich immer hingeguckt. Ist jetzt mein erstes, äh, Infovideo gewesen zum, zu früchten. Und da willst du auch, wie sogar, eine Reihe zu geben. Darauf kann ich dich auch freuen. Und da sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und lass einen Daumen da und Abo da. Und Schönen, danke mich, dass du dir zugeschaut hast, die dir Zeit genommen hast, mein Video zu schauen. Da sage ich mal, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.